Hallo, hier spricht Sebastian Brödl aus Udine. Ich bin leider zeitlich durch die Vorbereitung verhindert, heute dabei zu sein. Ich wünsche Ihnen auch allen eine tolle Präsentation. Ich darf verlautbaren, dass ich dieses Jahr bei der Frauen- und Damen-Bundesliga in Österreich Schirmherr sein werde und in Partnerschaft mit Planet Bure meinen Einsatz liefern werde, dass es in Österreich weiterhin bergauf geht. Ich glaube, die Basis in der Frauen-Bundesliga ist sehr gut geschaffen worden. Jetzt gilt es, an oberster Front tolle Vorbilder zu haben, um diesen Sport noch zu verbessern, um mehr Präsenz hinzubekommen, um mehr Mädchen und Mädels für diesen Sport zu begeistern. Es fehlt in Österreich, glaube ich, nicht an viel, nur an der Aufmerksamkeit und diese gilt es zu verbessern. Mein Bezug zu Frauenfußball ist eigentlich schon sehr, sehr lange. Durch meine Cousine, auch die mit mir die Partnerschaft eingehen wird, haben wir natürlich ständigen Austausch gehabt über den Frauenfußball und sehen, dass einfach sehr, sehr viel Potenzial in Österreich noch schlummert und sehr, sehr viele Mädchen den Wunsch haben, auch Fußball zu spielen. Dafür bedarf es mehr Organisationen, bessere Ausbildung, mehr Trainer im Jugendbereich und ich denke, dass wir da sicherlich mithelfen können, um diese Aufmerksamkeit zu verbessern. Ich freue mich sehr, dass ich ab sofort Schirmfrau der Planet Pure Frauenbundesliga sein werde. Es ist insofern spannend und besonders für mich, weil ich in dieser Rolle hoffentlich einen Beitrag dazu leisten kann, den Mädchen- und Frauenfußball in Österreich weiter voranzutreiben und voranzubringen. Wieso es für mich spannend und wichtig ist, ist, glaube ich, einerseits naheliegend, weil meine erste Station in meiner Karriere damals selbst in Österreich in der österreichischen Frauenbundesliga bei Luf Graz war. Zweitens aber auch, weil wir mit der Nationalmannschaft, nicht nur das gesamte Land, sondern eben auch die Liga in Österreich und den Frauenfußball vertreten und präsentieren. Und drittens und vor allem, weil es mir persönlich eine Herzensangelegenheit ist, den Mädchen- und Frauenfußball in Österreich zu unterstützen und auch hoffentlich den Weg für viele Mädels und für die nächsten Generationen zu ebnen. Wir wünschen uns für die Saison spannende Spiele, tolle Berichterstattungen, tolle Partnerschaften, tolle Vorbilder und hoffen, dass sehr, sehr viele beim ORF einschalten werden, um den Frauenfußball zu verfolgen. Ihr werdet mich und die Viktoria des Öfteren sehen. Wir freuen uns drauf. Ich hoffe, ihr auch. Alles Gute und bis bald.